Hier nochmal als kleine Auffrischung die verschiedenen Krebsstadien. Und da hatten wir gesagt, dass man einen klaren Strich ziehen muss zwischen dem kurativen Ansatz, Stadium 1 bis 3, und dem palliativen Ansatz, Stadium 4. Während der palliative Ansatz im Stadium 4 halt in erster Linie ein medikamentöser ist und mit Abstand die meisten Videos auf diesem Kanal sich damit beschäftigen, müssen wir natürlich eingestehen, dass die Haupttherapiemöglichkeit von den Stadien 1 bis 3 die Operation ist. Und wir gucken uns jetzt in zwei zeitgleich erscheinenden Videos mal an, was man so um die Operation herum machen kann. Nehmen wir an, sie haben einen Tumor und da sei es mir gegönnt, dass ich natürlich wieder einen Lungentumor nehme. Und der wäre jetzt operabel. Also das ist jetzt zur Diskussion dieses Videos wichtig. Wir setzen voraus, der ist operabel. Der muss nicht irgendwie durch Therapie erst operabel gemacht werden. Und jetzt starten sie erstmal vor der Operation mit einer Chemotherapie. Und hier kennen Sie mittlerweile ja auch gut meine Einstellung zum Thema. Würde ich nicht ein Video zu machen, wenn es wirklich nur damit zu tun hätte, die Chemotherapie zu geben, sondern, und das ist relativ neu, relativ aktuell, Man ist auch mittlerweile dazu übergegangen, diese sogenannten perioperativen Therapieverfahren, also um die Operation herum, mit zielgerichteter Therapie bzw. mit Immuntherapie anzugehen. Wir starten also jetzt erstmal vor der Operation mit einer systemischen Therapie. Und im Optimalfall sehen wir, dass der Tumor nicht nur kleiner wird morphologisch, sondern man verspricht sich auch davon, dass er halt weniger aktiv ist. Und womöglich dieses, in Anführungszeichen, weniger aktiv auch dafür sorgt, dass die Operation besser klappt. Das heißt, in diesem Fall würden wir jetzt operieren und den Tumor rausnehmen. Nach getaner Arbeit, im Optimalfall selbstredend, haben wir dann einen tumorfreien Zustand. Und die Operation, die hier ein bisschen plakativ dargestellt ist, bleibt natürlich die absolut wichtigste Therapieoption in diesen Stadien. Aber das, was wir vorher gemacht haben mit der systemischen Therapie, sei es mit Immuntherapie, sei es mit zielgerichteter Therapie oder sei es mit Chemotherapie, das nennen wir Neoadjuvante Therapie. Und wenn Sie sich fragen, warum macht man das denn nicht? Immer natürlich hat die Neoadjuvante Therapie auch Nach- und Vorteile. Ich fange mal mit den Nachteilen an. Ganz klar ist, sie verzögern womöglich die Operation. Sie haben gesagt, wir reden hier von operablen Stadien. Das heißt, der Tumor wäre unmittelbar rauszuoperieren. Und jetzt starten Sie erstmal eine mehrwöchige systemische Therapie. Und da kann es Ihnen natürlich passieren, dass die Therapie komplett unwirksam ist. Es ist ja gar nicht gesagt, dass ein Tumor unbedingt kleiner wird unter systemische Therapie. Speziell, wenn man die Chemotherapie als Option nimmt. Und dann hätten Sie natürlich ein richtiges Problem. Dann könnte womöglich die OP-Option entfallen. Und dann hätten wir es in Anführungszeichen geschafft, aus einem operablen Stadium 1 bis Stadium 3 Tumor auf der linken Seite durch Verzögerung, durch eine Therapie, die nicht gewirkt hat, ein inoperables Stadium oder in anderen Worten ein Stadium 4 zu erzeugen. Außerdem darf man natürlich nicht vergessen, dass die systemischen Therapien auch Nebenwirkungen haben. Die können mal stärker ausgeprägt, mal weniger stark ausgeprägt sein. Aber denken Sie an die Chemotherapie, die zum Beispiel ihre Blutplättchen minimiert, die für eine Blutungskontrolle einer Operation womöglich notwendig sind und, und, und. Das ist natürlich nicht immer gerechtfertigt. Das sind also eher die unschönen Seiten der Neoadjuvanten-Therapie beziehungsweise der Nebenwirkungen oder der Probleme, die sich daraus ergeben. Aber wir haben natürlich auch positive Aspekte in der Neoadjuvanten-Therapie. Nehmen wir mal das Gegenteil von dem Slide vorhin an. Nehmen wir mal nicht an, dass das Mittel womöglich gar nicht wirkt, sondern im Gegenteil richtig, richtig gut wirkt, höchst wirksam ist, dann kann es sein, dass der Tumor so klein wird oder so sehr verschwindet, dass womöglich eine Operation gar nicht mehr nötig ist. Das ist bei den soliden Tumoren natürlich eher die Ausnahme, eine Complete Response zu erzeugen durch eine Neoadjuvanten-Therapie. Aber in solchen Fällen hätten Sie gar nichts mehr, was Sie operieren könnten. Wenn Sie doch operieren, wenn der Tumor so klein geworden ist, dass man dann zu der Operation übergeht, dann hat man den Tumor natürlich draußen aus dem Körper. Und wenn wir von Tumor draußen sprechen, meinen wir natürlich molekulare Analyse. Die hätten Sie auch, wenn die Operation direkt durchgeführt worden wäre. Aber jetzt haben Sie halt wirklich die Information, wie die eingesetzte Therapie auf den Tumor gewirkt hat. Nicht nur, was das Ansprechen angeht, sondern auch molekular. Das wiederum hat natürlich zur Folge, dass Sie für die zukünftige Therapie schon genau wissen, was Sie einsetzen können. Nehmen wir mal das Beispiel Immuntherapie. Sie bekommen Neoadjuvant-Immuntherapie. Der Tumor wird ein bisschen kleiner. Wie gesagt, wir machen das Intervall zeitlich ja nicht zu lange. Also man sieht so eine kleine Tendenz. Dann operiert man und guckt sich den entnommenen Tumor genauer an. Und dann sehen Sie, dass da kaum noch aktive Tumorzellen sind. Und das wird aktuell bei einigen Krebsentitäten, in der Tat am meisten bei Lungenkrebs, so gehandhabt. Man würde Immuntherapie geben. Man würde gucken, wie gut das Ansprechen ist. Ansprechen in Richtung, wie viele aktive Tumorzellen sind nach der Operation überhaupt im Tumor noch gewesen. Und hätte die Option oder die Information zu wissen, wenn irgendwann der Tumor zurückkommt, ist die Immuntherapie eine Option. Ein weiterer Vorteil der Neoadjuvant-Therapie, aber vor allen Dingen im Verhältnis zur Adjuvant-Therapie im anderen Video, ergibt sich jetzt gar nicht so aus dieser Abbildung. Aber was man sagen kann, mit der Operation ist die Therapie auch abgeschlossen. Das heißt nochmal in der Summe, Sie haben die Diagnose eines Tumors. Sie nehmen eine Therapie über vielleicht drei Wochen, vielleicht vier Wochen dagegen ein. Dann wird der Tumor im Optimalfall, nachdem er sich verkleinert hat und inaktiver geworden ist, rausoperiert und Sie haben Ruhe. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.